Hallo zusammen, willkommen zurück zu Couchplay. Hallo zusammen, ne kann ich gar nicht. Egal, wir haben wieder ein neues Spiel zu uns ausgedacht und zwar malen wir heute und zwar mit der Wii U. Wir haben so ein komisches Malprogramm da drauf und wir haben das so gemacht, wir haben jeder vier Begriffe geschrieben. Da so. Und dann zieht immer eine und die anderen müssen raten. Wie machen wir das nochmal genau? Erstmal malen. Okay, warte. Ich will zuerst. Ja, ich hab schon gesagt. Und mit dabei sind wir da. Deci, Vanessa, Dani Kocht und ich. Hallo. Ne, warte. Warte, du kriegst das Ding jetzt? Ja. Dann malst du. Er zieht den Begriff erst mal. Okay. Wir müssen raten. Ne, ich male erst mal und dann gucken wir, ob das, was ich gemalt habe, zu dem Begriff passt, den ich ziehe. Und der, der errät, kriegt einen Punkt und wenn du das gut gemalt hast, kriegst du auch einen Punkt. Okay. Gleich haben wir alle gleich viele Punkte. Aber die Vanessa wollte ja anfangen. Ich lass dir auch den Vortritt. Komm. Und jeder macht zwei Dinger, oder? Ja. Okay. Ja, ja. Ja, genau. Erstmal so. Ja. Dann zieh einen Begriff. Wir gucken nicht hin. Wir gucken weg. Hey. Von dein? Nein. Achso. Okay. Okay. Ich nehme, ich hab jetzt nicht geguckt, ich lege den weg, ne? Nö, du sollst erst mal malen. Okay. Kann ich anfangen? Ja. Ich seh nix. Guck auf den Fernseher, Peter. Ne, warte. Jetzt kannst du. Kopf. Fragezeichen. Pimmel. Penis. Elefant. Ja. War bestimmt dein Begriff, ne? Aber ich war noch nicht fertig. Punkt für Peter und Punkt für Vanessa. Das ist aber komisch. War dein Begriff, ne? Ja. Ja, aber ist doch egal. Du hast auch den Vorteil. Gut. Nächster. Ne, warte. Vanessa macht noch ein Begriff. Ja, würde ich sagen. Echt? Ja. Ja, direkt zwei, oder? Ja. Pass auf. Ne, warte. Erstmal musst du. Dann gehst du da drauf. Dann gehst du da. Und dann da. Und dann da. Und dann ist schon wieder alles frei. Ach, geil. Sehr gut. Okay. Äh, warte, wir gucken wieder weg. Tschüss, Elbefaden. Ach so. Okay. Hast du einen von mir gezogen? Nein. Ich muss jetzt aber gerade mal gucken, wie ich das mache. Penis. Ei. Schakal. Wir sind Schakal. Wir sind Schakal. Fledermaus. Ja. Batman. Fledermaus ist richtig. Das ging ja schnell. Und das war nicht mal mein Begriff. Das war beider. Und ich kann es ja mal nicht mal zeichnen. Sehr gut. Wer malt jetzt? Ted malt jetzt. Ich mal jetzt. Okay. Ich will nicht malen. Hoffentlich kriege ich eins von meinen. Dann wird das geil. Dann wird das geil. Wir gucken weg. Ah ja, wir gucken alle wieder weg. Puh, äh, ja, okay. Ähm. Mach hier runter. Oh. Äh. Wie kommt das so? Strich. Haus. Fabrik. Bett. Gefängnis. Knast. Gitter. Raspe. 47. Tor. Ne, so ist richtig. 49. Die amerikanische Flagge. Äh, so. Tor. Foul. Schwalbe. Freiheitsstatue. Ne, 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 ne. König. Königin. Von England. Oh, warte, warte. Scheiße, das war mein Begriff. Ich komm nicht mehr drauf. Nein. Engel. Himmel. Prinzessin. Äh, ähm. Alice in Wunderland. Ne, konzentrier dich mal hier so drauf. Was hier hinten so ist. Hinten. Füße. Fehl. Ja, Fehl. Fehl ist richtig. Ja, Fehl ist schon richtig. Fehl ist richtig. Und das hier, das linke hier so, das hier. 49er mit Milch. Äh. Es ist so einfach. Zahnfehl. Gitterfehl. Äh, äh, 13,80. Preisfehl. Nutte. Äh, hier, warte mal, äh. Etikettfehl. Ich komm nicht mehr drauf. Ich hab das selber geschrieben. Was steht da? Was steht da? Was steht da? Super Sekt. Lotto. Lottofee. Richtig. Ja. Ja. Ja, das hatte ich geschrieben, aber ich kann nicht mehr drauf. Ja, krass. Also, Ted und Nessi. Ja, scheiße. So. Erkennt der seine eigene Begründung nicht mehr. Ja, siehste. Kein Vorteil. Ich hab eins von meinen gezogen. Ach, das kann ja was werden. Penis, Schwanz, Pippe. Ich frag's überhaupt nicht. Wad von Ted. Gee. Käsekuchen. Äh, Sandwichkuchen. Richtig, Peter, Sandwich. Echt? Ja, ihr habt doch geschummelt nö тел. Punkt für mich. Und für Ted. Nessi Führ hat mir 3 Punkten. So, wer ist als nächster? Peter. Jetzt mal ich. Jetzt mal ich. Warte. Guckt weg. Weißt du, was mal geil war? Ich hab mal auf so einem Dorffest bei so einer Lotterie mitgemacht und da konntest du so durch die Dinger durch die Zahl sehen. Und alle geraden Zahlen haben gewonnen. Und dann hab ich immer so… Und da war immer so ein… immer gerade genommen. Da hab ich am Ende alles von dem Sanitärladen. So eine Kloschüssel, Waschbarn und so. Alles da? Okay. Äh, Penis. Hotdog. Ja. Das ist Ihr Begriff, willst du? Ich hätte das auch so gemacht. Aber eigentlich wollte ich erst einen Hund malen und dann runter Feuer dachte ich mir. Ja, eben, eben. Ich hoffe jetzt, die noch einer meint eines vor. Das ist cool, ey. Doch, wir müssen mal ein anderes Begriffssystem machen. Ich will ja nicht sagen, ich hab's gesagt, aber ich hab's gewöhnt. Aber wir müssen uns halt selber ausdenken einfach gleich. Ja, passt schon. Warte, noch eins? Ich hab nur weiße Zettel reingepackt. Genau, nix einfach. Warte, ist mal ein bisschen… warte. Qualle, Sonne, Urlaub, Flugzeug. Fukushima. Strand. Nuklearexplode, äh, strahlende Bohne, äh. Strandhaus, Palme. Sandblume. Ja. Aber du hast das Begriff, ne? Ja. Ich hab schon mal selber am Anfang nicht gecheckt. Ja, krass, ey. Ich verliere. Ich. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja. Wir können eigentlich auch die anderen Begriffe gleich noch reinhauen, ne? Ja, ja. Ich kann echt absolut nicht malen. Mach mal gleich weiter. Das wird's lustig. Okay, Dani? Ja, warte, ich muss erst mal den Begriff gucken. Was für ein Begriff? Mann, ich kann nicht malen. Oh, ich hab schon angefangen zu malen. Aber egal. Strich. Beachtet den Strich nicht. Strich in der Landschaft. Dünne Person. Schamhaar auf dem Fernseher liegend. Äh, äh. Penis. Prinz Albert, PSC. Ring. Ja. Das war mein Wort. Echt? War das gar nicht eins hier? Ich konnte was machen. Ja, sehr gut. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr da wisst, was das ist, aber… Was muss ich machen? Hier da unten auf die Mitte tippen und dann… Auf die Mitte tippen. Klar soll nochmal. Auf die Mitte tippen, hab ich gesagt. Warum guckst du es mir jetzt so an? Wegen Prinz Albert, PSC? Nein. Ja, dann mal, Dani. Das kann ich nicht malen. Nicht? Versuch. Das kann ich absolut nicht malen. Du schaffst es. Mann. Strichmännchen. König. König. Königsmörder. Burger King. Prinzessin. Prinz. Warte, das ist das erste Wort. Das zweite kann ich nicht malen. Und jetzt kommt das nächste. Also drei Wörter? Ja. Ah ne, warte. Noch ein Männchen. Nein, warte. Doppelkönig. Weg. Strich. Zorro. Okay, das hat Warte nicht malen kannst. Getasmanische Teufel ist halt rechts. Baby. Baby. Prinz. Baby. Fickender König. Nabel. Riesiger Puppel im Bauchnabel. Das hast du mal geschrieben, oder? Nein. Also hier auf das. Nabe. Königsnabe. Nein. Was da so drin im Nabel sein kann. Oder hier. Ohr. Schmalz. Piercing. 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 Königspiercing. Prinzpiercing. 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 Ja, da dazwischen. Oder warte mal, hab ich nicht verlesen. Hä? Habe ich dir davor schon gesagt? Ja eben, du hast es gesagt und ich habe es in dem Moment gelesen. Irgendjemand hat es geschrieben. Ich habe es auch nicht zweimal geschrieben. Es ist hier drin. Dann hast du noch einen Zettel von gerade reingerutscht. Ist jetzt nochmal Prinz Albert Piercing bei. Ja, aber du hast es ja gerade gesagt, bevor es schon gemalt wurde. Hä? Ja, aber war denn dann das letzte Bild? Penisring. Ach so. Lol. Lol. Ja okay, dann Prinz Albert Piercing. Yes. Was ist er denn? Ja, das was er gesagt hat. Ach so. Das gleiche. Das ist so geil jetzt. Ja, ich dachte du hast auch Penisring geschrieben, weil ich habe Penisring auf den Zettel geschrieben. Ach so. Ach so, du hast ein Fachwort dafür benutzt. Ja, Prinz Albert. Das ist ein Punkt für ihn dann. Einmal zweimal, krass ey. Okay. Ach so, das ist sogar, so nennt man das? Ja. Ja. Wieder was gelernt. Unnützes Wissen Teil 3. Musst du noch einen? Nee, ich hatte zwei. Dann bin ich wieder dran. Ja, du bist nochmal dran. Was weißt du? Okay, wir haben noch acht Begriffe. Haben wir noch acht? Ja. Muss. Ja, sechs liegen da. Nee. Wie können denn da liegen, aber keine acht, oder? Doch, hier ist noch eins drin. Okay. Jetzt sind zu der sieben. Da liegen acht, Dani. So, jetzt aber. Jetzt liegen da nur sechs. Zelt, Lagerfeuer, Besprechungsraum, Fernseher, Kinoleinwand, Vorhang, Bildschirmschoner, Fensterschmuck, Gesichtsfilm, Bilderrahmen. Ja. Bilderrahmen? Ja. Ah, wann ist das da unten? Das sind die Aufsteller. Das sind Ständer. Ah. Also ich bin nochmal dran, ne? Ja. Ja. Jetzt, jetzt bin ich mal gespannt. Was kommt jetzt? Ich hab jetzt schon Angst. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich noch als Wörter geschrieben hatte. Ich hab auch schon mal alles vergessen. Von mir kam noch keiner. Nach Kellen. Nicht? Ich glaube nicht. Jetzt. Obstschüssel. Banane. Hausboot. Fauler Mond. Hausboot. Äh, Lippe. Döner. Ja. Yes. Das ist ein Döner? Ja klar. Ah, Döner war sogar mein Dings. Döner. Ich hab einen Punkt. Aber wie kann ich daraus nur einen Döner sehen? Ja, das frag ich mich auch. Du hast einen Zettel gesehen. Nee, hab ich. Nee, nee, nee. Bitte der Herr. Ich bin, du musst noch einen. Ich hab doch schon zwei. Ach so. Hör mal, bist du verwirrt, Mann? Ruppzuck. So, ich nehm mal hier. Und der andere Spiel war das, ne? Das hier nehm ich mal. Achso, ich darf ja nicht gucken. Ähm. Das ist schon fast zu einfach irgendwie. Also wenn ich das jetzt so mal, wie ich denke, dann ist das zu einfach. Okay. Ich mach mal so. Schrank. Wand. Käsekuchen. Bügeleisen. Hangman. Nee, also das hier ist so ein... Lampe. Ja, so ein Gerüst-Ding hier, ne? Schaukel. Da hängt ein Eimer. Baustelle. Opfer. Baustellenopfer. Anker. Boot. Auto. Autobahn. Autokran. Äh. Kaputt mach Ding. Auto. Magnet Ding. Automagnet. Magnet. Ich hab Magnet-Ding gesagt. Magnet-Ding ist aber nicht richtig. Aber man kann auch ein Magnet-Report. Ja. Kamerun. Das ist aber gemein. Boah. Dann nehm ich mal den hier. Er rührt hier oben und nimmt dann hinten den. Ja. So geht das. Okay. Der packt die Zettel immer wieder auf. Ja. Irgendwann da oben. So, ähm. Ich mach natürlich was schwer, ne? Froschkönig. Vase. Suppe. Suppe. Augensuppe. Suppenauge. Suppenkasper. Monster. Zahnarzt. Krokodil. Zähne. Zahnfleisch. Zahnfleisch. Zahnfleischentzündung. Karies. Parantontose. Nee. Zahnfleischrücker. Weisheitszahn. Zahnspitze. Zahnstein. Ich versuch hier noch mal. Ich mach nochmal so nen Zahn. Füllung. Nee. Komm. Karies. Kronen. Krone. Sag geht halt, mein Punkt. Das war mein Begriff. Ich hätte ihn anders gezeichnet. Ja, ich hab's so gemacht, damit nicht jeder sofort checkt. Aha. Ich bin dran? Ja. Sehr gut, dann nehme ich den hier. Nicht gucken. Ich gucke hier oft aufte die Punkte. Auf den Punktestanden eigentlich nur. Ach, scheiße. Ah, ne, geht's. Okay. Wieso? Muss Christopher zeichnen? Ich mach erst mal so. Papst. Grabstein. Afroamerikanischer Schaumkuss mit vollwert Waffelboden. Negerkuss. Ne, dann würde ich den anders mal. Warte, jetzt mal ich hier noch was. Osterhase. Nikolaus. Löffel. Hamsterwichse. Kaninchenwichse. Kaninchenkot. Kaninchenkörtel. Okay, Kaninchen ist nicht so gut gemalt. Fledermaus. Aber soll ein Kaninchen sein? Ja, aber was ist das hier? Gewölle. Kaninchen-Eier. Kaninchenbau. Ja. Ah. Zeig ich euch dann gut mal. Die gehen aber in den Boden, so Kaninchen, Peter. Ja, aber die haben doch einen Eingang irgendwo. Ja, so ein Loch. Ja, das war das Loch. Das war der, das war der Eingang. Ah. Okay. Schnee. Weiße Kuh auf weißem Grund? Ah, nicht so gut. Doppelkin. Äh. Was ist das denn? Pistole. Ja, ich glaube, ich weiß es schon, aber ich bin ja ein Teamplayer. Ich würde ja jetzt gerne, also ich hätte ja ein dickes Auto gemacht, Peter. Also, warte, ich mache hier noch was rein. Schwanzverlängerung. Ja, im Grunde. Ja, kann man gelten lassen. Eine schon. Penisverlängerung. Mein Punkt. Ja, Penisverlängerung war es. Wir können ja beide einen Punkt kriegen. Ich kann seitlich noch nicht so guten Penis malen. Schwanzverlängerung. Passt schon. Hey, da kommt noch so ein Pimmel rein. So ein ganzer. Da ist ja auch auf halber Strecke noch mal so Eier am Schwanz hängen. Ich glaube, jetzt habe ich nur noch meine Begriffe. Ich hoffe, ich kann die dann auch wirklich malen. Ja, ab geht's. Dann ist dran. Jetzt bin ich noch gespannt. Kann ich schon malen hier? Ja. Wie sieht es denn aus? Im Moment verliere ich. Komisch. Komisch. Jetzt. Obstschale. Boot, Obstschale. Banane. Rand. Schiff. Randgruppe. Fluss. Weihnachten. Osterkranz. Immigranten. Weihnachtskranz. Weihnachtskranz. Hausboot. Ja! Was ich halt vorhin schon gesagt habe, ne? Da dachte ich nämlich auch, die hat das, wo ich die Banane gesehen habe. Wie macht man hier? Hier unten drauf drücken? Da so? Da. Weil ich muss ja einen Punkt machen. Dann das linke oben. Das? Ja. Und dann nochmal da. Und nochmal. Wie viel man da drücken muss. Die Punkte sehen gut aus. Hast du mir auch reingeben? Ja, klar habe ich einen Punkt gegeben. Voll krass. Oh Gott. Guck mal, baut genau ab. Ja, stimmt. Irgendwann habe ich das Gefühl, von mir fehlt noch ein Begriff. Okay. Banane. Ich mache erstmal hier. Obstschale. Zweite Wort. Ball. Das zweite Wort? Ball. Schrank. Eimer. Kissen. Amboss. Kissen. Knast. Gitterne. Hinter Gitterne. Schürze. Gulli. Was soll das denn sein? Trocken Fisch. Schaukel. Fisch Trocknung. Tisch. Mütze. Tisch. Das soll ein Tisch sein? Tisch habe ich schon gesagt. Esstisch. Ähm. Tisch. Tisch Deko. Nee, Tisch ist das zweite Wort. Ach so, Deko Tisch. Fliesentisch. Ja. Fliesentisch? Ja. Was ist denn Fliesentisch? Du kennst keinen Fliesentisch? Da, weil immer bei den ganzen RTL-Kack-Sendungen da im Wohnzimmer ist. Ah, okay. Peter, wir haben gewonnen. Weil wir haben beide gewonnen. Wir haben beide gewonnen. Krass. Krass. Also von den Punkten her, Dani hat neun, ich hab neun, Vanessa hat sieben und Ted hat sieben. Ja, super krass. Ja, krass ey. Ja, wir müssen nächstes Mal irgendwie was haben, wo die Begriffe so automatisch rauskommen und wir die nicht aufschreiben. So hat der im Grunde immer einen Vorteil. Einen Vorteil, ja. Aber gut, an sich war es eigentlich ganz lustig. Ja, fand ich auch. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das findet oder was man hier nur sonst noch so spielen kann in so einer Konstellation. Und ansonsten... Einen Daumen hoch, wenn euch das gefallen hat. Oder runter, wenn euch das nicht gefallen hat. Ääää. Oder er knackt damit. Ach, boah, Ted, ey. Ich möchte es manchmal echt umbringen. Nix, gut. Na gut, also haut rein. Tschüss. Lass knacken. Tschüss.